Willkommen zur Portfolio Live, der Plattform für einfaches, aber erfolgreiches Investieren. Mein Name ist Fabian Braun und heute gehen wir noch einmal das Thema Altersvorsorge an. Wir haben schon gesehen, dass dort in Zukunft einige Einschnitte zu erwarten sind. Warum das noch nicht alles sein kann, erfahren Sie heute. Wir wollen Ihnen dazu eine wirklich spannende Webseite des Statistischen Bundesamtes vorstellen. Wir hatten bereits gesehen, dass private Rentenvorsorge sehr wichtig ist, allein weil das gesetzliche Sicherungsniveau in der Rente sinken wird. Von 54% im Jahr 2009 auf 45% im Jahr 2027. Die Ursache darin liegt in der aktuellen Gesetzgebung und die wurde so gemacht, weil die Demografie ein Riesenproblem für die gesetzliche Rentenversicherung darstellt. Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine Umlageversicherung. Das heißt, die derzeitig arbeitende Teil der Bevölkerung zahlt ein, nicht für ihre eigene Rente, sondern für die Rente der aktuellen Rentner. Das heißt, das Geld geht rein in die Rentenversicherung und wird auch gleichzeitig wieder ausgezahlt. Und das heißt auch, diejenigen, die heute einzahlen, deren Rente muss von den zukünftigen Arbeitnehmern bezahlt werden. Und wie viele das sein werden, kann man recht genau sehen, wenn man sich die sogenannte Bevölkerungspyramide anschaut. Die Statistische Bundesamt hat das sehr schön aufbereitet. In einer interaktiven Grafik, ich empfehle Ihnen tatsächlich einmal den Link zu klicken, Sie finden ihn unten in den Shownotes. Dort sehen Sie die aktuelle Bevölkerungspyramide. Auf der linken Seite die Männer, auf der rechten Seite die Frauen. Je nach Jahrgang, in kleiner Schrift sehen Sie den Jahrgang, sehen Sie, welcher Anteil der Bevölkerung wie alt ist heute. Zur Orientierung unten in Grau sehen Sie sozusagen die Kinder, die noch nicht arbeiten und deswegen auch noch nicht einzahlen. Oben in Orange, die vom Alter her derzeitigen Rentner. So, wir schauen uns jetzt einmal das Jahr 2016 an, also heute. Fixieren einmal die Pyramide, wie sie heute aussieht und stellen jetzt den Zeitstrahl an. Jetzt wird Jahr für Jahr statistisch simuliert, wie sich diese Bevölkerungspyramide aufgrund von Sterbezahlen und Geburtenraten entwickeln wird. Und was wir sehen ist, dass eine große Anzahl von neuen Rentnern in den nächsten Jahren das Rentenalter erreichen wird. Die sogenannte Babyboomer-Generation. Schritt für Schritt bis ins Jahr 2040 nimmt die Anzahl der Rentner zu. Gleichzeitig sehen Sie, dass unten, wo die Kinder sind, die Anzahl der Nachkommen weiter sinkt. Was für Folgen hat es? Am einfachsten lässt sich das im sogenannten Altersquotienten ausdrücken. Das ist die Anzahl der über 67-Jährigen geteilt durch die Anzahl der 20-67-Jährigen. Er gibt an, wie viele Rentner auf einen Arbeitnehmer statistisch kommen. Und der Altersquotient liegt derzeit bei etwa 30%. War in den letzten wenigen Jahren in der Tat sogar relativ stabil, weil nämlich die Jahrgänge um das Jahr 1945 in Rente gegangen sind. Das waren die Kriegsende-Jahrgänge. Dort gab es relativ wenig Geburten. Entsprechend gab es in den letzten wenigen Jahren auch relativ wenig neue Rentner. Bei 30% stehen wir jetzt. Dieser Altersquotient wird auf über 50% steigen. Das ist ein Anstieg um 70%. Und das heißt nichts anderes, als dass es weitere sehr, sehr starke Belastungen für die Rentenversicherung geben wird. Denn wenn ich für die heutige Absicherung sozusagen 100 Euro zahlen müsste, muss ich im Jahr 2040 für dieselbe Absicherung 170 Euro pro Arbeitnehmer verlangen. Also eine Steigerung um 70%. Und die ist schwer verkraftbar. Deshalb ist meine Vermutung, dass sich an der Rente noch einiges ändern wird. Die eine Möglichkeit, das anzupassen, ist das Absicherungsniveau weiter zu senken. Das halte ich für schwierig persönlich, weil heute schon nicht sehr weit entfernt von der Mindestabsicherung ist, also Sozialhilfe. Die andere Möglichkeit ist, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen. Die Menschen leben länger, werden wahrscheinlich auch länger arbeiten müssen. Einfach, weil es nicht genug Junge gibt, um die Alten zu versorgen. Möchte man das nicht, bleibt nur die private Vorsorge. Heute Geld anlegen für morgen. Auch das ist mit Risiken verbunden, allerdings eben auch mit Chancen. Und macht sie etwas unabhängiger von dieser Alterspyramide. Ich fasse noch einmal zusammen. Was nehmen wir mit? Wir werden immer älter. Das ist ja einerseits schön. Schade ist, dass es immer weniger Kinder gibt. Wir hatten jetzt eine relativ gute Situation in den letzten wenigen Jahren, was die gesetzliche Rente angeht. Einfach, weil geburtenschwache Jahrgänge in Rente gegangen sind. Das wird sich in den kommenden Jahren signifikant ändern, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und dann wird der Altersprozent signifikant steigen. Von heute etwa 30% auf über 50%. Darauf sollten wir vorbereitet sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Besuchen Sie uns auch auf www.aix-capital.com Investieren Sie einfach, aber erfolgreich und denken Sie daran, Geld ist auch nicht alles. Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt, ist kein zuverlässiges Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht.